In der Nacht des 14. Junis 1497 kehrt der 21-jährige Giovanni Borgia, unehelicher Sohn des Papstes Alexander VI., nicht nach Hause in den Vatikan zurück. Was genau in dieser Nacht des 14. Junis geschehen ist, sorgt bis heute für Spekulationen. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die Adelsfamilie Borgia, ursprünglich aus Borgia bei Saragossa in Aragon in Spanien, erlangt im 15. Jahrhundert Macht und Reichtum in Italien, nachdem der Papst Kallix III. mit bürgerlichem Namen Alonso de Borgia aus der Familie hervorgegangen ist. Papst Alexander VI., der 34 Jahre später im Jahr 1492 gewählt wird, ist ein Neffe von Papst Kallix III. und heißt mit bürgerlichem Namen Rodrigo Lanzol de Borgia. In den Jahren vor seinem Pontifikat ist Rodrigo Kardinaldiakon und Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche. Zu dieser Zeit lebt er jahrelang mit Vanozza di Catanai, mit der er Anfang der 1470er zusammengekommen ist in Rom. Über Vanozzas Herkunft ist nichts bekannt. Vanozza bekommt vier Kinder von Rodrigo de Borgia, den ältesten Sohn Cesare Borgia im Jahr 1475, gefolgt ein Jahr später, also 1476 von Juan, der allgemein als Giovanni Borgia bekannt wird, die Tochter Lucrezia Borgia im Jahr 1480 und den jüngsten Sohn Geoffrey Borgia im Jahr 1481. Vor der Geburt des ersten Sohnes Cesare verheiratet Rodrigo seine Geliebte, Vanozza, mit Domenico da Rignano. Dies geschieht vermutlich, damit er seine Vaterschaft vertuschen kann und seine kirchliche Karriere weiter vorantreiben kann. Dennoch erkennt Rodrigo schließlich alle seine vier Kinder, die er mit Vanozza hat, notariell an, bevor er Papst wird, was damals für einiges Aufsehen sorgt. Nachdem Domenico Vanozzas Mann verstirbt, verheiratet er sie erneut und zwar mit Giorgio di Croce, der genau wie ihr erster Ehemann außerordentlich oft beruflich unterwegs ist. Wo genau die Borgia-Kinder aufwachsen, ist nicht hundertprozentig klar. Entweder haben sie im Haus ihrer Mutter gelebt oder sie sind möglicherweise in der Obhut einer Cousine ihres Vaters Rodrigo aufgewachsen, bei der zumindest die einzige Schwester Lucrezia gelebt hat. Es steht jedoch fest, dass Giovanni und sein älterer Bruder Cesare im gleichen Haushalt aufgewachsen sind und dass Giovanni eine ausgezeichnete Ausbildung durch einen Privatlehrer erhalten hat. Neben Vanozza lässt Rodrigo sich auch mit zahlreichen anderen Frauen ein und hat mindestens drei weitere uneheliche Kinder. Es gibt unbestätigte Berichte über ausschweifende Orgien, die an seinem Hof stattgefunden haben sollen. Pierluigi de Borgia, der erste Herzog von Gandia, ist einer der anderen unehelichen Söhne von Rodrigo, den er bereits vor seiner Beziehung mit Vanozza um das Jahr 1458 herum mit einer unbekannten Frau bekommen hat. Pierluigi wurde bereits Maria Enrique de Luna aus dem Haus von Enriquez als Ehemann versprochen. Doch dann, um das Jahr 1488 herum, verstirbt er plötzlich unerwartet, im Alter von etwa 30 Jahren. Rodrigo nutzt seine Kinder, um seine politischen Absichten weiter zu verfolgen. Er möchte sich ein dauerhaftes Herrschaftsgebiet in Italien sichern. Nach Pierluigis Tod wird sein Halbbruder Giovanni Borgia der zweite Herzog von Gandia und er wird nach Gandia geschickt, um das Herzogentum in Besitz zu nehmen. Giovanni, zu dieser Zeit 13 Jahre alt, gilt als verzogen und ziemlich arrogant, außerdem als unvernünftig, aber auch als ausgesprochen gut aussehend. Giovanni wird nun der Frau versprochen, die Pierluigi eigentlich heiraten wollte, Maria Enriquez de Luna. Er heiratet sie im Jahr 1493. Giovanni ist 17, Maria 19 Jahre alt. Giovannis Vater Rodrigo ist ein Jahr zuvor Papst geworden. Giovanni Borgia und seine Frau Maria bekommen Zwillinge, Juan de Borgia y Enriquez und Franziska de Jesús Borgia. Das Verhalten des jungen, eingebildeten Herzogs fällt am Hof weiterhin unangenehm auf. Sein älterer Bruder Cesare schreibt ihnen in einem Brief, dass er nicht glücklich mit seinem Verhalten sei, zum Beispiel, dass er nachts in den Straßen der Stadt unterwegs sei und bestimmte Etablissements besuchen würde und auch, dass er Glücksspiele spielen würde, anstatt seinem Schwiegervater zu gehorchen. Im Jahr 1496 wird Giovanni von seinem Vater, Papst Alexander VI. nach Rom zurückgeholt, wo er mit seiner Frau Maria ein Apartment im Vatikan bezieht. Auch die meisten der anderen Borgia-Geschwister leben in diesen Apartments, die man heute noch besichtigen kann. Rodrigo, also Papst Alexander VI., hat sich nicht gerade beliebt bei der italienischen Bevölkerung gemacht, da er seine unehelichen Kinder offiziell anerkannt hat und außerdem, da er Frauen gestattet, den Vatikan zu betreten. Während Giovanni zum Generalkapitän der Streitkräfte des Papsthums wird, wird sein Bruder Cesare, der ein Jahr älter ist, Kardinal. Insofern setzt der Papst, was den militärischen Erfolg seiner Familie angeht, zu diesem Zeitpunkt ausschließlich auf seinen zweitgeborenen Sohn Giovanni, was Cesare den Ältesten eventuell ziemlich neidisch gemacht haben könnte. Cesare's gesamte Erziehung ist auf eine Karriere in der Kirche ausgerichtet gewesen. Er war bereits mit 15 Jahren Bischof von Pamplona. Giovanni genießt es währenddessen, in extravaganter, auffälliger Kleidung durch Rom zu reiten. Seine Mutter Vanoza musste, nachdem Rodrigo Papst geworden ist, in ihrem Haus in Rom bei ihrem Ehemann zurückbleiben. Selbst ihrem Ehemann fällt es auf, dass Giovanni, den er als den Augapfel seiner Heiligkeit beschreibt, der favorisierte Sohn des Papstes zu sein scheint. Noch im gleichen Herbst 1496 leitet Giovanni den Angriff gegen die Adelsfamilie Orsini, die mit den Borgias bereits lange verfeindet ist. Die Borgias mit Giovanni als Anführer gewinnen bei den Angriffen zehn Burgen der Orsinis, die Giovanni persönlich erhalten soll. Doch im Januar 1497 macht Giovanni einen taktischen Fehler, kann aber selbst leicht verletzt nach Rom flüchten. Sein Vater lobt ihn für seine Flucht und verleiht ihm eine Geldsumme, während er einen Verbündeten, Guido Baldi de Montefeltrom, der bereits im Herbst bei dem Angriff auf die Orsinis in Gefangenschaft geraten ist, nicht freikaufen möchte. Dies führt zu Unmut. Darüber hinaus hatte sich Virginio, das Oberhaupt der Familie Orsini, bereits seit 1495 mit der Zustimmung des Papstes in der Gefangenschaft des Königs von Neapel befunden, nachdem er bei einer Niederlage festgenommen wurde. Virginio ist im Januar 1497 in der Gefangenschaft verstorben, zeitgleich als Giovanni die Angriffe auf die Familie Orsini geführt hatte. Die Orsinis machen den Papst für Virginios Tod verantwortlich. Er soll möglicherweise vergiftet worden sein. Durch diese ganzen Vorfälle ist es klar, dass die Familie Orsini nicht gerade gut auf die Borgias zu sprechen ist. Doch was seine politischen Verbindungen angeht, ist Papst Alexander nicht zu stoppen. Auch Giovannis und Cesaris jüngerer Bruder Geoffrey ist gerade im Alter von zwölf Jahren von ihm verheiratet worden, und zwar mit der 16 Jahre alten Sancha von Aragon, einer unehelichen Tochter des Königs Alfonso II. von Neapel. Auch sie zieht mit in die Apartments im Vatikan ein. Giovanni, selbst bereits mit Maria verheiratet und Vater zweier Kinder, kann seine Finger nicht von seiner Schwägerin Sancha lassen, die nur zwei Jahre jünger ist als er. Doch auch sein älterer Bruder Cesarim, der 19 Jahre alt ist, soll regelmäßig mit Sancha zusammen gewesen sein. Es heißt, Sancha hätte sich gezielt nach anderen Männern umgesehen, da ihr eigener Ehemann noch so jung war. Die 13 Jahre alte Lucrezia Borgia, die Schwester von Giovanni, Gioffre und Cesare, wurde von ihrem Vater auch bereits verheiratet, und zwar mit Giovanni Sforza. Die Sforzas sind derzeit eine bekannte Herrscherfamilie in Italien. Der Papst wollte diese Eheschließung, um mächtige Verbündete in Italien zu haben. Doch bereits nach kurzer Zeit stellt er fest, dass die Verbindung mit den Sforzas nicht so vorteilhaft für ihn ist, wie er erwartet hat, und er möchte die Ehe kurzerhand annullieren lassen. Doch Giovanni Sforza willigt nicht ein. Es heißt, der Papst hätte sogar heimlich Giovanni Sforzas Exekutionenauftrag gegeben, doch er sei von Lucrezia gewarnt worden und geflüchtet. Nach weiteren Auseinandersetzungen und nachdem Papst Alexander argumentiert, dass die Ehe noch nicht vollzogen worden und somit ohnehin ungültig sei, unterschreibt Giovannis Sforza schließlich die Annullierung der Ehe mit Lucrezia. Anschließend bleibt das Verhältnis zwischen den beiden Familien angespannt. Am 7. Juni 1497 erschafft der Papst für seinen Sohn Giovanni Borgia eigens ein Herzogtum, Benevan. Auch damit macht er sich nicht unbedingt Freunde, denn das Herzogtum befindet sich im Gebiet des Kirchenstaates. Das Verhalten der Borgias wird heftig kritisiert. Der spanische Botschafter versucht sogar, den Papst von seiner Idee mit dem Herzogtum abzuhalten, doch sein Entschluss steht fest. Giovanni, der von der Bevölkerung bereits als arrogant wahrgenommen wird, wird als der neue Herzog von Benevar regelrecht angefeindet. Am 14. Juni 1497 besucht Giovanni Borgia ein Festmahl, das seine Mutter Vanossa zu seinen Ehren in ihrem Haus ausrichtet. Außer ihm sind alle seine Geschwister dort, sowie Joffres Ehefrau Sancha und ein Cousin Juan Borgia Lanzol. In der Nacht reitet Giovanni in der Begleitung seines Bruders Cesare sowie seines Kammerdieners und eines maskierten Mannes nach Hause in Richtung des Apostolischen Palastes. Doch bevor sie ihn erreichen, sagt Giovanni zu Cesare, dass er alleine weiter reiten soll, da er sich noch mit seiner Geliebten treffen will. Wen genau er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Geliebten meint, bleibt unklar. Vielleicht war es eine unbekannte Frau, vielleicht Sancha, die Frau seines Bruders Joffre, oder vielleicht die Tochter des Soldaten Antonio Maria della Mirandola, von der er kurz zuvor öffentlich geprahlt hatte, ihr erster Partner gewesen zu sein. Den maskierten Mann und seinen Kammerdiener nimmt Giovanni mit sich. Als sie sich von Cesare trennen, befinden sie sich im römischen Ghetto. Am nächsten Tag ist Giovanni nirgends aufzufinden. Seine Bediensteten sind beunruhigt und auch Giovannis Vater, Papst Alexander VI., der zunächst denkt, dass sein Sohn sich noch irgendwo vergnügt, ist beunruhigt, als es immer später wird und Giovanni nicht zurückkehrt. Am Abend des 15. Junis veranlasst er eine Suche nach ihm. Zunächst wird der Kammerdiener, den er dabei hatte, schwer verletzt aufgefunden. Er berichtet, dass Giovanni ihm aufgetragen hätte, für eine Stunde auf ihn zu warten. Er hätte ihm noch gesagt, dass er alleine zum Palast zurückkehren soll, falls er innerhalb einer Stunde nicht zurück sein sollte. Anschließend entfernt Giovanni sich in Begleitung des maskierten, unbekannten Mannes. Was danach geschehen ist und wer ihn angegriffen hat, kann der Kammerdiener nicht sagen. Der mysteriöse, maskierte Mann wurde in den Wochen zuvor bereits mehrfach bei Giovanni gesehen. Er soll ihn fast täglich im Vatikan besucht haben. Doch niemand, weder die Borgias noch ihre Angestellten, kennen seine wahre Identität. Am gleichen Tag wird dann noch Giovannis Pferd gefunden, auf dem er in der Nacht seines Verschwindens unterwegs war. Es läuft mit durchgeschnittenem Halfter in der Nähe der Tiber herum. Schließlich kommt ein Holzhändler, Giorgio Schiavi, auf die Suchenden zu und behauptet, in der Nacht zuvor eine Beobachtung gemacht zu haben. Er hatte in seinem Boot auf der Tiber geschlafen und er sagt aus, dass er mitten in der Nacht etwa um zwei Uhr aufgewacht sei und zwei Männer gesehen hätte. Die Männer beobachten die Umgebung, um zu sehen, ob sie alleine sind. Als sie denken, dass die Luft rein ist, geben sie einer weiteren Person ein Zeichen. Daraufhin erscheint ein Mann auf einem weißen Pferd. Die Männer, die zuerst dort waren, helfen dem Mann, das Pferd, auf dem sich eine weitere Person befindet, zum Fluss zu führen. Giorgio, der Holzhändler, der alles beobachtet, erkennt, dass die Person, die sich nun noch auf dem Pferd befindet, offensichtlich tot ist. Außerdem sieht er noch zwei weitere Personen, die oben am Weg stehen und die Umgebung im Auge behalten. Als die drei Männer am Fluss angekommen sind, nehmen sie den Leichnam vom Pferd und werfen ihn mit voller Kraft in die Tiber. Anschließend beobachten sie, wie der Leichnam abtreibt. Einer der Männer entdeckt etwas auf dem Fluss. Es ist die Jacke des toten Mannes, die an der Wasseroberfläche treibt. Die Männer werfen einige Steine danach, bis die Jacke sinkt und nicht mehr zu sehen ist. Danach verlassen alle fünf mit dem Pferd das Flussufer und gehen in Richtung eines Krankenhauses. Nach der Aussage des Holzhändlers wird die Tiber abgesucht. Giovannis Leiche wird am Tag darauf, dem 16. Juni, aus dem Fluss gezogen. Er hat insgesamt neun Stichverletzungen. Im Oberkörper, am Hals, am Kopf und an den Beinen. Er hat sein ganzes Geld noch bei sich und seine teure Kleidung noch an, was Raub als Tatmotiv ausschließt. Giovannis Leichnam wird ins Castel Sant'Angelo gebracht, wo er in seine Militäruniform gekleidet wird. Wenige Tage später finden eine Prozession und die Beerdigung statt. So etwas wie eine forensische Untersuchung hat es damals nicht gegeben. Ganz Rom ist nach Giovannis Tod in Aufruhr. Während viele der Adelsfamilien ihre Anwesen verbarrikadieren und zusätzliche Wachen beauftragen, wimmelt es auf den Straßen von wütenden Spaniern. Der Papst ist aufgrund des Todes seines Lieblingssohnes am Boden zerstört. Er leitet sofort umfangreiche Ermittlungen ein. Es gibt eine Menge Personen, die ein Motiv für die Tat gehabt haben könnten. Zum einen den Soldaten Antonio Maria della Mirandola, Lord von Mirandola und Graf von Concordia. Sein Anwesen liegt direkt an der Tiber, unweit der Stelle, wo die Männer in der Nacht von dem Holzhändler beobachtet wurden. Giovanni hatte in der Zeit zuvor mehrfach damit angegeben, dass er der erste Mann gewesen sei, der mit der Tochter von Mirandola intim war. Sollte Mirandola die Gelegenheit genutzt haben, Giovanni in der Nacht deswegen aus dem Weg zu räumen? Auch die Familie Orsini, die durch Giovanni viele ihrer Ländereien an die Borgias verloren hat und durch den Tod ihres Oberhauptes Virginia mit dem Papst verfeindet ist, hätte natürlich ein Tatmotiv. Könnten sie Giovannis Tod eingefädelt haben? Und wer war überhaupt der maskierte Mann, mit dem Giovanni so häufig gesehen wurde? Hatte er etwas mit seinem Tod zu tun und wurde möglicherweise von einem der Tatverdächtigen beauftragt? Ist er einer der Männer gewesen, die in der Nacht von George Schiavi am Fluss gesehen wurden? Nicht nur die Orsinis, auch die Familie Sforza ist bekanntlich überhaupt nicht gut auf die Borgias zu sprechen. Durch die Annullierung der Ehe von Giovanni Sforza mit Giovanni Borgias Schwester Lucrezia wäre es gut vorstellbar, dass die Familie an den Borgias Rache nehmen wollte. Warum sie dafür ausgerechnet Giovanni ausgewählt hatte, kann nur dadurch begründet sein, dass er zu dieser Zeit derjenige der Borgia-Geschwister mit dem meisten politischen Einfluss war. Er ist ja persönlich gar nicht direkt an dem Ehe-Drama von Lucrezia und Giovanni Sforza beteiligt gewesen. Dann wäre da noch Guido Baldo de Montefeltro, der beim Kampf mit den Orsinis in Gefangenschaft kamen und den weder Papst Alexander noch Giovanni freikaufen wollten. Er ist erst kurz vor dem Mord an Giovanni wieder freigekommen. Die beiden Brüder von Giovanni, Cesare und Geoffrey, zur Tatzeit 22 und 15 Jahre alt, kommen natürlich ebenfalls als Täter in Betracht, wegen der Verhältnisse, die Giovanni und Cesare beide mit Geoffres Frau Sansa hatten und weswegen Eifersucht unter den Brüdern aufgekommen sein könnte. Im Fall von Cesare könnte die Tat auch dadurch begründet sein, dass er selbst eine militärische Karriere anstrebte und keine Chance gesehen hatte, da Giovanni immer die militärischen Aufgaben erhalten hatte. Es soll sogar einen Bericht eines Botschafters geben, der nach Giovannis Rückkehr aus Gandia nach Rom beschrieben hatte, dass die Söhne des Papstes voller Neid aufeinander gewesen seien. Papst Alexander VI. lässt die Ermittlungen, die er selbst in Auftrag gegeben hat, nach nur einer Woche einstellen. Wollte er verhindern, dass gegen seine Söhne ermittelt wird? Oder kannte er vielleicht sogar die Wahrheit und hatte längst erfahren, wer der Täter oder der Auftraggeber war? Während aufgrund Giovannis Affäre mit Geoffres Frau Sansa damals bereits Verdächtigungen in der Öffentlichkeit gegen Geoffrey bestanden hatten, gab es gegenüber Cesare zunächst allerdings keine. Noch im Jahr der Tat, 1497, entlastet der Papst seinen jüngeren Sohn Geoffrey öffentlich und sagt, dass er auf keinen Fall in den Mord an seinen Bruder Giovanni involviert gewesen sei. Auch wer der maskierte Mann war, der Giovanni bereits in den Wochen vor seinem Tod öfter begleitet hat, kann nie geklärt werden. Hatte dieser Mann tatsächlich etwas mit dem Mordkomplott zu tun? Kannte Giovanni seine wahre Identität? Nach Giovannis Tod stellt seine Frau Maria fest, dass sie ein Kind erwartet. Ihre Tochter Isabel de Borgia i Enriques, ihr drittes Kind von Giovanni, wird Anfang 1498 geboren. Lucrezia Borgia wird im Jahr 1498 von ihrem Vater erneut verheiratet, und zwar mit Alfonso von Aragon, einem Bruder von Sancia. Ebenfalls im Jahr 1498 legt Cesare Borgia seine kirchlichen Ämter nieder und beginnt eine militärische Karriere. Nun kommen zum ersten Mal Gerüchte auf, dass vielleicht Cesare der Mörder von Giovanni sein könnte, und zwar, da die Bevölkerung durch die Aufgabe seiner kirchlichen Tätigkeiten darauf kommt, dass er seinen Bruder zuvor beneidet haben könnte. Im Jahr 1500 rückt Cesare dann erneut in den öffentlichen Blickpunkt. Nun wird er konkret verdächtigt, in einen Mord verwickelt zu sein. Allerdings nicht in den von Giovanni. Alfonso von Aragon, der Mann seiner Schwester Lucrezia und Bruder von Sancia, wird am Abend des 15. Juli vor den Türen der St. Peters Basilika angegriffen und von unbekannten Tätern mit mehreren Messerstichen verletzt. Täter versuchen, ihn zu entführen, doch seine Wachmänner können Alfonso verteidigen. Sechs Wochen später, am 18. August, als er sich im Turm der Borgias von seinen Verletzungen erholt, dringt eine Gruppe bewaffnete Männer, darunter der Söldnerführer, mit Celetto Corella in seine Kammer ein und stranguliert ihn. Corella stand unter Cesare's Kommando und es bestehen von Beginn an wenig Zweifel daran, dass Cesare die Tat in Auftrag gegeben hat. Cesare, der inzwischen Kommandant der päpstlichen Armee ist und Unterstützung vom König in Frankreich erhalten hatte, soll Alfonso's Tod im Zusammenhang mit einer Kampagne, die die Franzosen gegen Neapel geplant hatten, eingefädelt haben. Alfonso von Aragon ist ja ein unehelicher Sohn des Königs von Neapel gewesen. Gegen Cesare wird ermittelt und er behauptet, dass Alfonso mit einer Armbrust auf ihn geschossen hätte, als er im Garten unterwegs war. Aus diesem Grund hätte er sterben müssen. Damit hat die Sache für Cesare Borgia keine weiteren Folgen, außer, dass nach dem Mord an Alfonso erneut die Gerüchte aufkommen, dass Cesare vielleicht auch für den Tod seines Bruders Giovanni verantwortlich gewesen sein könnte. Doch Cesare kann unbehelligt weiter seinen Tätigkeiten nachgehen. Neben dem Motiv, dass er Giovanni um seine Karriere beneidet haben könnte oder dass sie in Streit um Sanscham, der Frau ihres Bruders waren, gibt es eine weitere Theorie, die sich erst später verbreitet hat. Demnach soll der Streit zwischen Cesare und Giovanni nicht wegen Sanscha entbrannt sein, sondern wegen ihrer eigenen Schwester Lucrezia. Cesare hätte nämlich ein intimes Verhältnis zu ihr gehabt, doch dann sei ihm zugetragen worden, dass Lucrezia Giovanni viel lieber hätte als ihn. Die Beziehung, die Cesare mit Lucrezia hatte, sei auch der wahre Grund, aus dem er Alfonso ermorden lassen hatte. Für diesen Sachverhalt gibt es allerdings wenige Hinweise, es ist lediglich ein Gerücht. Konkretere Hinweise darauf, dass Cesare und Lucrezia tatsächlich eine intime Beziehung miteinander hatten, gibt es nicht. Giovannis Witwe, Maria Enrique Stelluna, soll ihr Leben lang überzeugt davon gewesen sein, dass Cesare Giovanni umgebracht hat. Der Mord an Giovanni Borgia konnte nie aufgeklärt werden und bleibt eins der Mysterien Roms. Papst Alexander VI verstirbt im Jahr 1503 im Alter von 72 Jahren. Cesare verstirbt im Jahr 1507 im Alter von 31 Jahren, als er einen Angriff in Navarra führt. Geoffrey Borgia verstirbt im Jahr 1516 im Alter von 34 Jahren. Lucrezia Borgia verstirbt im Jahr 1519 im Alter von 39 Jahren, kurz nach der Geburt ihres zehnten Kindes. Was denkt ihr, ist Giovanni seinem eigenen Bruder zum Opfer gefallen? Und wenn ja, was war sein Motiv? Oder hat doch eine andere Familie, die irgendeinen Konflikt mit den Borgias hatte, ihn aus dem Weg geräumt? Lasst mir wie immer gerne eure Meinungen unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert noch die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen extra Kriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Natürlich findet ihr auch auf meinem Kanal jede Menge neue und alte Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich! Bis gleich!